Ein Spiel dauert 90 Minuten, das Runde muss ins Eckige, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, Flachspielen hoch gewinnen, das Runde Leder rollt wieder und ihr könnt was gewinnen. So, tachchen tachchen, herzlich willkommen zu einem weiteren Whisky und Vinyl Gewinnspiel. Der David ist gerade im wohlverdienten Urlaub und deswegen bin ich alleine vor der Kamera, um euch das zu präsentieren. Momentan ist ja diese komische Fußball-WM und der eine oder andere von euch febert da vielleicht ein bisschen mit. Ich tue das auch, tatsächlich, ich gebe nämlich so eine Mannschaft, die ich supporte, ich immer. Und da sage ich auch jedes Mal, die werden Europameister, die werden Weltmeister und jedes Mal denke ich mir im Achtelfinale, ja gut, jetzt habe ich wieder Freizeit. Das ist England. Ich drücke irgendwie aus irgendeinem vollkommen absurden Grund immer England die Daumen, aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass das einfach so eine gewisse Fußballromantik hat, wenn am Ende die Underdogs immer gewinnen. Auf jeden Fall habe ich im Vorfeld die WM mal durchgetippt aus Langeweile, bevor es losging. Und bei mir gab es ein hervorragendes Finale, was ich tatsächlich ganz fantastisch fände, zwischen Belgien und England, welches England mit 2 zu 1 natürlich gewonnen hätte und damit Weltmeister 2018 geworden ist. Ist der den Ball ab? Mein Neffe rennt da hinten rum. Genau. England wird Fußballweltmeister, soviel habe ich gesagt, das ist auch das Wichtigste. Belgien wird Vize-Weltmeister. Aufgrund meines hervorragenden Tipps, der von meiner kompletten Fußball-Expertise gespeist ist, haben wir uns mit Kirsch-Whiskey in Verbindung gesetzt und haben gesagt, hey, wie sieht es aus? Wir würden gerne anhand meiner Fußball-Expertise ein kleines WM-Gewinnspiel machen und haben die Leute von Kirsch-Whiskey gesagt, da sind wir sehr, sehr gerne dabei und haben uns entsprechend zwei Whiskys zur Verfügung gestellt, die wir nun an euch verlosen können. Und zwar ist das einmal der diesjährige Vize-Weltmeister, Belgien. Wir haben von Kirsch-Whiskey eine Belgien-Au zur Verfügung gestellt bekommen. Der ist einmal zur Verlosung und natürlich auch ein Whiskey aus dem aktuell, aus dem diesjährigen Weltmeisterland England, den guten alten Cotswolds. Beides sehr, sehr junge Geschichten, wer sich erinnert, den haben wir bereits mal in einer Videoreview gehabt. Ich glaube, unsere zweite oder dritte ging, glaube ich, über den hier. Packe ich euch am Ende auch nochmal in den Abspann mit rein, dann könnt ihr auch gerne nochmal schauen, wie der so ist und ob es sich lohnt, was es tut. Definitiv, schönes Ding. Ja, die können raus an euch und zwar an diejenigen unter euch, unter denjenigen von euch werden die verlost, die den Weltmeister dieses Jahr dann tatsächlich richtig tippen. Also nicht so einen absurden Fantasie-Tipp wie ich, sondern einen ernsthaften Tipp. Und dafür ist es wie jedes Mal bei uns bei Gewinnspielen. Ihr könnt teilnehmen auf Facebook, Instagram, YouTube. Sucht euch einen der Kanäle aus. Ihr müsst nicht auf allen dreien mitmachen. Es erhöht auch nicht eure Gewinnchance, wenn ihr auf allen dreien mitmacht. Sucht euch einfach einen aus. Den müsst ihr abonniert haben. Ihr müsst den entsprechenden Beitrag dazu geliked haben. Also sprich dieses Video, den Facebook-Beitrag, das Instagram-Bild. Und unter eben jenem einfach rein kommentieren, wer dieses Jahr eurer Meinung nach Weltmeister wird. Teilnahmeschluss ist, und da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, der letzte Tag vor dem ersten Achtelfinale, 23.59 Uhr, ist quasi Annahmeschluss für eure Tipps. Den genauen Tag schreibe ich euch dann auch einfach nochmal hier unten rein. Bis dahin könnt ihr auch euren Tipps so oft ihr wollt irgendwie aktualisieren. Also wenn ihr jetzt sagt, shit, ich hatte auf Südkorea getippt und jetzt stelle ich gerade fest, die könnt ihr es ja gar nicht packen. Ich mache nochmal schnell einen neuen Tipp und setze auf Panama. Dann könnt ihr das ganz einfach machen. Dann geht ihr einfach nochmal zu eurem Tipp und antwortet auf eben jenen. Das geht ja auf allen drei Kanälen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und aktualisiert dort einfach euren Tipp. Und der von euch letzt abgegebene Tipp ist für uns der relevante, der dann entscheidet, ob ihr in die Verlosung kommt oder eben nicht. Und schreibt bitte noch mit dazu, auf welchen der beiden ihr Bock habt. Auf den Cotsworts, auf den Belgien O. Und der erste, der von uns gezogen wird, kriegt dann eben seinen Wunsch-Whisky und der zweite bekommt dann halt den einen, der übrig bleibt. Ja, viel mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Ich drücke weiterhin England die Daumen. Die werden das vielleicht schon irgendwie bis ins Achtelfinale schaffen oder Viertelfinale. Den Cotsworts packe ich euch hier irgendwo nochmal rein. Dann könnt ihr euch den nochmal anschauen. Genauso unsere übliche Video-Whisky und Vinyl-Playlist für die schöne Musik zum Fußball und zum Whisky. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann sehr, sehr gerne auch irgendwo hier oben einfach mal auf Abo klicken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Glück beim Gewinnspiel. Macht's gut. Ciao.